Es war ungefähr in den 1960. Jahren, Russland hat ein Sputnik gemacht und Amerikaner haben ein Satellit gemacht. Und in Amerika, Satellit war gemacht bei Werner von Braun, deutscher Scientist, Scientist, das heißt Uchoni. Und in Russland auch deutsche Scientist gemacht. Und sie sind geflogen, eine von hier und andere von der anderen Seite. Und die deutsche Presse hat ein Bild gemacht, wenn die sind getroffen und einer zum anderen gesagt hat, hier wir können ruhig deutsche Sprachen. Ja. So hier auch. Slava Gospodu. Haben Sie verstanden, ja? Sie haben verstanden? Ja. 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 Wir wissen es besser, aber Gott, die größer. Wir lesen von Ephesians 3, von 16 zu Ende. Epheser, Dray von Sechstens Ephes bis zu Ende. Epheser, Dray von Sechstens Epheser. Wir lesen 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 von Sechst. Wir lesen von Sechstens Epheser. Wir lesen von Sechst. 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 Und auch. Wir lesen von Sechst. 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 Ja. Wir lesen von Sechst. 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 Wir lesen von Sechst. 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 сделать. Но произнес такую фразу. Вспомни обо мне. Вспомни меня. Вспомни, когда уйдешь Царь. Вспомни. Halleluja, Иисус! Иисус говорит, ныне будешь со мной в раю. Halleluja. Sramiti эти 2 вещи. Вспомнить, и будешь на веки веков в раю. Was ist zwischen ihnen? Was ist miteinander? Nächte. Nächte. Aber momentan, meneinander Jesus sagte, ich nicht sagen, es sind ja noch Millionen, sondern Milliarden mehr. Brats und Säte, ihr seid, ihr seid, werdet ihr zu Gott sein, glaube ich, er wird ihnen zu sein. Er wird ihnen etwas größer, was ihr euch fragen und das zu denken. Slaro Jemu za to. Kogda wy, bratia, byli v stradaniach, v gonieniach, nassylka, v türmach, vy hoteli hotia by raz nakusatse? Ya pomdho, kak my byli. Brat Edwin, brat Sasa, jah zjats. U Ratchister, Amerike. I brat Sasa somivitetsusval, tam gavaril, Bratia, wenn mir 15 Jahre ist, und ich bin der erste Mal in der Welt, Mama, sie haben die Kartoffel gelegt, und sie sagen, sie essen zu schütteln. In 15-jährigen Jahren, ich bin der erste Mal in der Welt, ich bin der Kartoffel. Heute, Gott gab uns mehr, als das. Schlauhe ihm für das. Aber es gibt Millionen, die dieses nicht haben. Und ich sage, wenn du das, du sagst, was dieser Mensch gesagt hat, ich glaube, Jesus antwortet. Er sagt, nur erinnerst du mir. Erinnerst du mir. Erinnerst du mir. Wenn du solche Worte gesagt hast, der Osef, der frei ist, erinnerst du mir. Erinnerst du mir. Erinnerst du mir. Ich habe nicht erinnerst. Aber Jesus sagt, du wirst du mir in Rau. Halleluja. Slarm Gott. Wir lesen in 3. Knieg von Zars. In 3. Knieg. 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 4. Knieg. 4. Knieg. 4. Knieg. 4. Knieg. 5. Knieg. 5. Knieg. 5. Knieg. 5. Knieg. 5. Knieg. 5. Knieg. 6. Knieg. 6. Knieg. 6. Knieg. 6. Knieg. 6. Knieg. 7. Knieg. 7. Knieg. Und wenn sie die Frau von Irodiade tanzen hat, dann sagte sie, was du möchtest, und ich gebe es dir in der Vergangenheit. Und wir wissen, was sie fragte. Nicht das, was Solomon fragte. Solomon fragte der Minderheit. Aber sie fragte Mutter, was sie fragte mir, was sie fragte mir? Die Führung war in der Ausbildung. Und diese Führung war in Amerika, in einer Hochschule. Die Lehrerin war in der Hochschule. Und in dieser Übung war. Und sie schreibt und da geschrieben, dass sie, dass sie für die Kletzende und vor dem Lachen nicht mehr, wie wir sagen, dass sie nicht mehr mitzüren. nicht. Und er hat das gemacht. Und der Mann, der 7-8 Jahre alt, sitzt und sagt, dass er schnell aus der Lage ist. Und die Lehrerin sagt, wie soll er aus der Lage sein? Und er sagt, ich habe sie gesagt, ich habe sie gesagt, ich habe sie zu halbieren. Und die Eureinheit gehört, zur zweiten halbieren. Und er hat sie gesagt, ich habe sie gesagt, ich habe sie zu halbieren, und ich habe sie gesagt, aber ebenso die Eureinheit hat die Eureinheit gehört, die ich nicht zu haben. Und hier ist es, wir lesen, und wenn Gott fragt, was du willst, was du willst? Er hat mir die Minderheit, um mich zu beurteilen, und es war Gott. Und Gott sagt, dass du das und 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 das, dann ich dir das und 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 das. viel größer, als du willst. Slau Gott! Halleluja! Slau ему! Brathe, ihr könnt ihr das mit dieser Prüfung machen. Es gibt viele примеры. Und ich habe ein Mannes, ich weiß, es war ein Mannes, es war ein Mannes, ich weiß, es war ein Mannes, Erich. Erich. Ich hab nicht mitten, wie er auf der Kreuz gespielt hat. Er ist ein sehr siegrat. Er war mit Tälten. Er hat 20 Jahre alt erich in den Tenden. Er war ein Lieferiem. nicht Eltern, sondern родственники, waren bapististen. Und sie, natürlich, für ihn, viele Jahre. Er hat 20 Jahre gespielt, in den Barsen, und sie für ihn. Und Sie wissen, was passiert ist? Dieser Mensch verweigert, Gott ihn спасen. Und er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn nicht gebeten. 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 Aber Gott hat viel mehr gemacht, als er hat ihn gebeten. Er hat ihn gebeten. Er hat ihn gebeten, und er hat ihn gebeten. Und er spielt für die Heilung Gottes. Ich höre. Das kann man zu hören. Er hat ihn gebeten, wie er sie gebeten hat. Amen, Gott hat ihn gebeten. Ich spreche aus dem Versammlung von Rimmlern, aus 8 главen Versammlung von Rimmlern, 8 главen Versammlung von Rimmlern, 8 главen Versammlung von Rimmlern, 31 und 32 stich. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 12. 12. und die Verhörterung der Verhörterung, und die Verhörterung der Verhörterung der Liebe zu Christus, damit es ihnen zu beenden, um die Kniegegenheit zu vollen Bedeutung. Ich habe diese Kniege, die Verslange von Ehehresiana. Diese Kniege, um die Verslange von Ehehresiana zu wissen, ist das die Kniegegenheit der Kniegege der Bibel. Das ist die Kniegegenheit. Павел пишет, тайна, 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 которая никому из людей не была открыта о благоустройстве Церкви Христовой. Ему была открыта. Это самый глубочайший колодец всей Библии. Из этой книги или послания читаю. Читаю, чтобы познать и исполниться всею полнотою Божией. И тому, кто действующий у нас силою, он своей силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Он может один это сделать. Родители не могут. Мы не можем. Мы есть ограниченные люди, но он безграничен. И он будет вас так благословлять, что будете удивляться. Братья и сестры, особенно вы молодые, мы видим в Писании даже такие случаи. И я пережил сам не раз. Сам не раз. И я убедился, что Бог, которому мы служим, силен и зло превратить в добро. Я это много раз переживал. И Осип это пережил. Когда Господь указал ему в видениях и в снах, откровения даровал ему, что с ним будет, даже родители, братья будут кланяться и так дальше. И я говорю, если бы все это случилось через год, то он бы сказал им, ах, видите, я же вам говорил, что так будет, я же вам говорил, и он бы упрекал. Но когда все пережил, когда все пережил, все трудности, и братья их кланяются, и просят прощения, а он плачет. И говорят, братья мои дорогие, Бог, которому мы служим, силен и зло превратить в добро. Вы делали мне зло, но Бог превратил это в добро, чтобы спасти вас. Слава ему. Так что, если будут такие случаи, что будет, кажется, положение безвыходное. Кажется, она виновата, он виноват. Или что-либо против, как однажды сказал Иаков, все против меня. В русском все на меня, но в оригинале все против меня. Но нет, он ошибся. И мы ошибаемся. Все было в его пользу. Все было ему в пользу. Не против. Нам кажется, вот это все против. Но, дорогие, Бог знает начало от конца и конец от начала. Слава ему за это. И поэтому мы воздаем всю славу тому, кто может сделать и обогатить вас гораздо больше, чем просите или помышляете. Но при условии, если будете ему верны во всем. Слава ему. Я буду заканчивать. Я думаю, мы еще раз помолимся. Станем на ноги. Помолимся.